Es ist schön und es macht stolz. Jürgen Elsässer, manchen hoffentlich kein Begriff, denjenigen, denen er ein Begriff ist, die haben hoffentlich ausreichend Verachtung für ihn übrig. Er ist Mitgründer dieses 1% Netzwerkes, was als gesichert rechtsextrem gilt, im Umfeld dieser Putin-Trolle und hetzt immer gerne gegen die Bundesregierung und Ukraine eh ganz schlimm, Russland ganz toll. Bekannt für Fake-News-Umfeld ist halt wirklich die Schmuddelecke, wie man so schön sagt. Und der gute Herr Elsässer hat einen Artikel geschrieben und er ist ganz sauer auf mich, denn er mag meine Videos nicht. Das macht mich stolz. Ich freue mich wirklich drüber. Das ist wie ein Bundesverdienstkreuz. Nach Attila Hildmann, der mich als einer seiner Erzfeinde angesehen hat und Recep Tayyip Erdogan, der mich dreimal angezeigt hat persönlich, kommt jetzt Jürgen Elsässer dazu. Alle guten Dinge sind ja drei. Und wir schauen mal rein, was er so schreibt. Er hetzt nämlich gegen unseren guten Verteidigungsminister Pistorius, den bezeichnet er als Kriegsverbrecher. Ich weiß noch nicht warum, aber scheint wohl, weil wir dann abwehrbereit gemacht werden, damit kein Krieg entsteht. Aber es ist offensichtlich ein Kriegsverbrechen, sich nicht der russischen Diktatur unterzuwerfen. Schauen wir mal rein. So, Kriegsverbrecher Pistorius, darf man das noch sagen? Und dann sagt er, wir müssen es noch ein bisschen größer machen. Der hat ja so eine Petition. Denn ein FDP-Politiker will schon Strafanzeige stellen. Richtig, Strafanzeige und Strafantrag nach § 109d StGB. Störpropaganda gegen die Bundeswehr. Wer unwahre oder grüppelig entstellte Behauptungen, tatsächere Art, deren Verbreitung geeignet ist, die Tätigkeit der Bundeswehr zu stören, wieder besseren Wissen zum Zweck der Verbreitung aufstellt oder solche Behauptungen in Kenntnis ihrer Unwahrheit verbreitet, um die Bundeswehr in der Erfüllung ihrer Aufgabe, der Landesverteidigung zu behindern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. Ich finde, die Staatsanwaltschaft könnte sich das mal anschauen. Ich bin natürlich kein Jurist und da ist er sauer. Der FDP-Politiker bin ich nicht, bin FDP-Mitglied und aktuell in keinem Amt, aber egal. Und Flüchtlingsaktivist. Ich bin nicht Flüchtlingshelfer, ich bin Aktivist, Flüchtlingsaktivist, weil ich mich für die Rechte von Flüchtlingen und Menschenrechten einsetze. Kann man so sehen. In seinem Umfeld hat das irgendwie negative Schwingungen. Wer sich für Flüchtlinge einsetzt, wird ja sofort als Schlepper beschimpft. So kennt man es, wenn man vor Ort hilft, aber egal. Tobias Hoch hat öffentlich überlegt, Strafanzeige gegen mich zu stellen. Ja, und wegen dieses Artikels habe ich jetzt nicht nur überlegt, ich werde die nächsten Tage diese ausformulieren und dann auch stellen. Vorwurf Kreml-Propaganda, weil ich in Kompakt von Vorbereitung eines Angriffskrieges in Bezug auf Minister Boris Pistorius und seine abgehörten Generälen geschrieben und eine entsprechende Strafanzeige bei dem Generalbundesanwalt gestellt habe. Und da macht er ja Werbung für. Nun ja, ich habe da wirklich drüber nachgedacht und durch diesen Schwachsinnsartikel bin ich der festen Überzeugung, dass aus dieser Überlegung auch Taten folgen müssen. Und ja, die Anzeige bekommt er ab. Dann wollen wir mal schauen, was der zuständige Staatsschutz, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, wer da zuständig ist, ich muss mal schauen, was der dazu sagt. Es wird er sich wahrscheinlich wieder aufregen und wieder in seinem Schmuddelheftchen was von sich geben. Aber es geht damit auch gegen die neueste Ausgabe von Kompakt, die seit heute verschickt wird, laut Hoch ein Schmuddelmagazin. Das ist es auch. Früher standen Liberale für Freiheit und insbesondere Meinungsfreiheit, aber jetzt bedroht dieser Liberale jedem. Jedem? Das heißt jeden eigentlich, also Herr Elsässer. Jeden. Jeden. Jeden, der gegen den Angriffskrieg aufsteht, mit der Justiz. Nö. Ich sage nur, was unter Meinungsfreiheit fällt und was meiner Meinung nach nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, denn die Meinungsfreiheit findet ihre Schranken in unseren Gesetzen. Wir sind nämlich nicht in den USA, wo die Freedom of Speech gilt, die sogenannte Redefreiheit. Das sind zwei Rechtssysteme. Als Journalist müssten Sie das eigentlich wissen. Das habe ich auch in meinen Vorlesungen zu Journalismus in meinen Scheinen an der Uni gelernt. Ich weiß nicht, ob Sie aufgepasst haben. Aber hätten Sie aufgepasst, würden Sie wahrscheinlich dieses Schmuddelmagazin hier rausbringen. Kein Wunder. Seine Parteikollegin Marie Agnes Strack-Zimmermann, gute Frau, gehört zu den geilsten Kriegsgeiferern in der deutschen Politik. Ob man das Wort geil auf eine so reife Dame anwenden sollte, Adjektiv weiß ich nicht, aber jeder hat einen anderen Fetisch und wurde dafür von der FDP mit der Spitzenkandidatur bei den Europawahlen belohnt. Sie steht hier für klaren Liberalismus und für wehrhafte Demokratie. Das finde ich gut. Dann macht er Werbung für sein Schmuddelmagazin. Puff, Puff, kommt noch irgendwas über mich? Muss vor Gericht? Blablabla. Puff, Puff, kommt natürlich alles in die Strafanzeige und in den Strafantrag. Puff, Puff, Puff. Und da unten drunter die Kommentare seiner Anhängerschaft. Also, Herr Elsässer, wir sind uns ja schon mal indirekt über den Weg gelaufen. Sie erinnern sich vielleicht, damals als ich diese rechtsradikale Fake-News-Seite Anonymous-Kollektiv habe löschen lassen bei Facebook und daraufhin dieses Nazi-Portal gegen mich massiv gehetzt hat. Müsste Ihnen bekannt sein. Nun ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Das können auch Sie, Herr Elsässer. Dann können Sie ein bisschen was lernen und vielleicht auf den rechten Weg der Tugend gehen. Und die Glocke natürlich aktivieren und einen Kommentar da lassen. Das wäre schön. Nur die Rechtsradikalen nicht, die wären eh gebannt. Im Sinne der Meinungsfreiheit. Bis dann.